Wir haben nach dem Preis der Spielbank Hamburg vom 26. Juni 2005 gefragt. Fährt A war Free Moon unter Jean-Pierre Carvalho, fährt B war Ricard mit Eduardo Pedrosa und fährt C war Guzzly Lane unter Norman Richter. Sehen Sie hier die Lösung. Gleich erreichen die Pferde die Zielgerade und Free Moon ist außen jetzt an Supertramp vorbei. Ganz innen hat sich aber Pastiche durchgemogelt und den kürzesten Weg gefunden. Pastiche innen führt vor Free Moon, der weiter außen eingesetzt wird, jetzt aber das Kommando übernimmt. Free Moon vor innen Pastiche, dahinter versucht es Ricard und außen Guzzly Lane. Aber Free Moon, der Favorit, also an der Spitze mit gut zwei Längen, innen kämpft Pastiche, an der Außenseite kommt Guzzly Lane und Ricard ist da. Ricard wird stark, Free Moon und jetzt kommt der Angriff von Ricard. Ricard wird immer stärker, Free Moon mit Ricard. Free Moon und Ricard außen, Free Moon und Ricard. Free Moon innen und Ricard, Ricard, Ricard schafft es noch. Vor Free Moon dann Guzzly Lane. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.